Reisezielmuseum, ein Abenteuer für Jung und Alt. Ein vielfältiges, internationales Angebot. Wir sind am 7. Juli vorbeigegangen. Es gibt weitere Daten, am 4. August und am 1. September. Wir sind in der Klangschmiede in Salzanktuan vorbeigegangen. Morgen um 10 Uhr und da sind bereits die ersten Gäste eintroffen. Hier meldet man sich an und dann ist man zu mittendrin in dem Abenteuer. Hier rechts seht Zeline Fessler, sie ist Projektleiterin des Reisezielmuseums. Auf jeder Kürmer ein dies und jenes noch. Aber nicht vergessen, Reisezielmuseum ist wirklich etwas Interaktives, etwas Interessantes, etwas zu entdecken. Es ist also nicht so trocken, wie man jemanden denken könnte, wenn man an ein Museum denkt. Und Reisezielmuseum gibt natürlich unendlich viele Möglichkeiten, um eben auch in dieser internationalen Region, vor allem in Glichtenstein, Schweiz umzukommen, sich Wissen anzueignen und wirklich einen interessanten Tag zu erleben. Aber ich drücke jetzt aus der Klangschmiede Toggenburg. Nicht vergessen, es ist noch ein Angebot. Und wie ist das für euch? Stress oder ist es etwas Spezielles? Oder wie sieht es das aus für euch? Nein, nein, wir sind ja so viele Leute, die helfen können. Ja, kein Problem. Wunderbar, ja. Das Wetter passt auch. Dies ist der Tag des Reisezielmuseums. Und woher können wir jetzt direkt? Vom Weissdarnetal. Mein Gott! Wenn Sie in der Morgen gestartet? Um halb neun Uhr. Um halb neun Uhr. Um halb neun Uhr sind wir an? Okay, die nächsten können schon. Wir haben in der Ausstellung der Klangschmiede entlang von den Themen Klang ganz verschiedene Räume, wo man etwas erleben kann, wo man sich ausprobieren kann. Und ich empfehle allen, Kind und Erwachsenen, einmal durchlaufen. Jetzt sind wir im Raum, wo man Schwingung, Schallton, Klang, Geräusche, Resonanz austesten kann. Und das sieht man ganz schön an diesen Modellen, die wir extra bauen lassen haben, für hier rein. Hier ist mit Sand, wird aufgezeigt, was passiert, mit der Schwingung. Siehst du die Kühe? Äh, nein. Wo sind es die Kühe? Äh, da hinten. Ah, ja genau. Das ist wie eine Rätselwand. Hier kann man den Kopfhörer einstecken und dann das Knöpfchen drücken. Und rätseln, wahr, dass man gehört. Und wenn man es nicht rausfindet, dann darf man es füchseln. Was kürst du jetzt? Äh, dunn, dunn. Schwierig, oder? Mhm. Und den Mantrat kürst du? Dun, dun, dunn. Mhm. Resonanz. Und jetzt macht es das so hin und her? Mhm. Ja. Was, die Klimatik? Was ist da verrückt? Hast du noch nie gehört, gell? Mhm. Ich auch nicht. Probier mal, was ist da? Vielleicht ist das eine Explosion. Oh, oh. Hey, Klimatik. Was ist denn Klimatik? Wenn du es nicht weisst, kannst du eine Führung buchen bei uns. Die Leonie ist zum Beispiel oben. Sie macht immer wieder Führungen für Gruppen. Und dann erklärt sie alles wunderschön im Detail. Boah. Was hörst du jetzt? Was hörst du? Niemand. Niemand? Nein. Bei der Hirnwelle? Gut ist es? Ja. Ah, jetzt haben wir es. Gut. Und jetzt, was hörst du jetzt? Äh. Schwierig, gell? Muss man selber probieren. Und wie tief, die andere, die grosse, die macht hier. Ich hab nicht mal die grosse da. Die dafür. Boah. Boah. Gellere. Mag schon noch mit Gellere. 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 Woher könnt ihr? Von Freiberg. Auf. Höchst. Gellere. 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 Du merkst schon, du bist auch interessiert bei den verschiedenen Klängen, oder? Ja. Wir gehen drücken mal. Ja, letztes Jahr. Das ist ein Pflichttermin. Echt? Ja. Man merkt, das ist eine riesige Freude, oder? Ja, Kleberle, Pickoff und Köberle. Neben vielen interessanten Räumen, diesen Klangerlebnissen, gibt es auch einen Skype-Raum. Sie hat eine Gruppe von Erwachsenen hergeführt, die nicht zum Reisezielmuseum gehört. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Die konnten wir natürlich nicht filmen. Aber in den Alpen konnten wir anschauen, wie sich das abspielt, oder wer wieder rausgekommen ist. Und ich habe mir gedacht, wir machen auch ein Escape. Und wir lassen sich, wir haben hier ein Escape. Sie müssen ins Tal schwingen. Das ist einfach schwierig. Ich habe mich schon blamiert. Aber da bringst du nicht. Hä? Ich habe mich schon blamiert. Nein, da bringst du nicht. Ich hatte es nicht. Ich habe es nicht reverber. Aber es sieht gut aus. Hey! Hey Applaus, Hallo! Das macht nicht nichts. Ganz ehrlich, du wirst es selbst unterlassen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen pracht. Jetzt würde ich sie mal aufhören. Hey, du bist ein Schleid, hast du zuhause geübt, oder? Nein. Das ist spätatonig, oder? Ja, super! Also, ein Applaus, wenn es wirklich auch wird. Nicht so? Die verschiedenen Oberthor-Instrumente haben wir hier drin. Da kann man auch mit der Stimme machen, oder? Da kann man auch mit der Stimme machen. Genau, aber es gibt ja auch Instrumente dazu. Ja. Und dann kann man alle durchlässt. Weißt du, die Mongolen beim Konzert, das sind ja unglaublich, die Obertöne, die wir hier gebracht haben, gell? Ja, mit jahrelanger Übung. Und bei den Kursen, die du jetzt anbieten, kann man auch, gell, man singt und macht oben den Oberton. Ja. Es gibt spezielle Kurs für die Damen, ein grosses Kursprogramm. Ja. Spürst du etwas? Du bringst Sachen und Menschen in die Schweine ein, gell? Genau. Hast du die Kräfte zuerst mal erfahren, Susanne? Ja. Ich kann nicht mehr aufhören. Wo spürst du es? Im Bauch, oder wo spürst du es? In den Händen. Aha. In den Händen spürt man es vor allem. Das klingt aber wahnsinnig tief. Es kribbelt noch richtig in den Händen. Echt? Du bist aufgeregt. Ja. Ich weiss es nicht. Du musst schauen, dass du den Block hier hinstellst, damit du dahinter stehen kannst. Ja. Und dann kannst du nämlich mit beiden Händen hier, die hast du mit den Händen, und dann hier greifen. Das schwingt immer noch schön an. Ja. 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 Sie kribbelt auch? Ja. Meinst du, bei dir kribbelt es etwas höher als bei Susanne? Wenn das Wasser mehr in die Schwingung kommt, dann ist der Ton auch stärker. Ah. Tönt tiefer. Okay. Jetzt vibriert es durch alles durch. Spürt sie den Füssen? Ja. Fast ein wenig mystisch, gell? Ja. Ja. Ist so. Aber irgendwie auch so ursprünglich. Einfach dieses Gefühl, das ist so wahnsinnig, so ein ursprüngliches Gefühl, wenn man so etwas macht, oder? Ja. Es ist schon. Selinfessel, Reisezielmuseum. Kannst du auch etwas erzählen? Du warst ja langjährige Geschäftsleiterin und machst jetzt so das letzte Jahr noch, oder? Genau. Und wenn ich jetzt einfach über Reiseziel erzähle, das Reisezielmuseum in diesem Sinne ist ein Projekt, das in Vorarlberg gegründet worden ist und im Kanton St. Gallen seit 2018 in diesem Sinne läuft. Und wir merken, dass immer mehr Museen hier mitmachen. Das hat einfach auch damit zu tun, dass es ein sehr tolles Projekt ist. Und das Ziel des Projekts ist, dass Familien mit Kindern für 1 Franken oder 1 Euro in die Museen kommen können, ein spannendes Familienprogramm erleben und dann eigentlich so auch mit der Museumswelt in Kontakt kommen. Also Schweiz, Vorarlberg? Und Lichterstein. Und Lichterstein? Ja, genau. Wie viele Museen sind das etwa? Aktuell sind es jetzt 51 Museen dieses Jahr. Das nimmt immer wieder so ein bisschen ab und wieder zu. Das kommt immer darauf an. Aktuell haben wir jetzt im Kanton St. Gallen ein neues Museum für dieses Jahr. Das ist die Klangschmiede in Dockenburg, wo wir jetzt gerade aktuell sind. Und sonst ist es einfach so, dass es ein bis zwei Museen gibt, die dazukommen. Es gibt andere, die vielleicht mal eine Pause machen. Aber grundsätzlich ist es, seit diesen drei Jahren, als ich es mache, immer konstant bleiben. Und ganz lässig ist, dass es auch immer wieder neue Regionen gibt, die dazukommen können. Und wo wir auch froh sind, dass dann eben mehrere Musee aus einer Region mitmachen. So kann man wirklich besser umeinanderreisen, gerade auch zwischen den verschiedenen Museen. Und apropos umeinanderreisen, die ÖV ist gratis, das steht dabei dann? Genau, das ist der Kanton St. Gallen, der in diesem Sinne Finanzierung gemacht hat, dass es ein Gratisticket gibt, das länderübergreifend ist. Das ist mit Vorarlberg und dem Fürstertum liegt der Stein zusammen. Und so können die Familien gratis in diesem Reisezielgebiet reisen und so Museen besuchen. Und es ist wirklich unglaublich vielseitig. Wir sind jetzt wirklich in der Klangschmiede in Dockenburg. Man zeigt ja hier den Wald, weil irgendwie ein verlaubter Bäume wie man den Wald will. Oder umgekehrt. Also es gibt auch Outdoor-Erlebnisse, zum Beispiel den Klangberg, wo das erste Mal dabei ist. Oder da ist man jetzt im Museum dienen und in den Einzelmuseen unglaublich vielseitig. Also an einem Tag ist es unmöglich. Oder wenn die Leute hierher kamen, sie haben gesagt, es sei ein Muss, wenn der Tag da ist. Und dann muss man wieder ins Nächste gehen. Ist wirklich so richtiges Museumsabenteuer, oder? Das ist das, was wir von den meisten Familien hören. Dass es ja in diesem Sinne wirklich eine Abenteuerreise ist. Und dadurch, dass es sehr vielseitig ist. Gerade wie du es angesprochen hast, es hat so viele verschiedene Museen, wo so viele verschiedene Themen aufgreifen. Ist es auch einfach spannend, um reisen zu können. Und wir haben ganz viele Familien, die seit Jahren dabei sind. Und eigentlich wie so Tage dann auch strukturieren. Ja, es ist meistens nicht möglich, um vielleicht so drei bis vier Museen pro Tag zu machen. Und an diesen Tagen strukturiert man dann das Programm oder sagt, hey, dort diese Museen gehen wir anzuschauen. Und am nächsten Sonntag, wenn es wieder ein Reiseziel ist, im August dann, machen wir wieder drei oder vier andere Museen. Und im September dann noch einmal dasselbe genau. Also man ist wirklich sehr frei, vielfältig. Immer vom 10.00 Uhr bis am 5.00 Uhr sind die Museen dann geöffnet und bieten das Spezialprogramm an. Und bei deinen eigenen Kinder merkst du auch, die Leute sind wirklich motiviert. Das habe ich gesehen. Also ich glaube, du bist sonst eher ein bisschen St. Gallen-orientiert. Du bist ja interregional, bist jetzt von Wistam hergekommen. Ja, und die Kinder waren da voll dabei, oder? Also natürlich bin ich ein bisschen St. Gallen-orientiert, weil ich dort wohne in dem Sinne. Und ich arbeite auch in einem von diesen Museen, Kulturmuseen teilweise. Aber es ist wirklich so, dass es so viele spannende Museen gibt. Auch kleine Museen, das ist genau das Spannende an dem Ganzen. Kleine Museen, die wirklich wahre Perlen sind, wo man Programme entdecken kann, die man sonst im Alltag wirklich nicht würde. Und natürlich gibt es die grossen Museen, die immer ständig offen haben, die dann aber auch ein Spezialprogramm anbieten und für die Kinder speziell dann auch z.B. Parkour machen oder etwas basteln. Und wir haben vorher das Wiestanental angesprochen. Das ist ja auch ein Museum mit dem, das sehr weit weg ist. Aber auch dort lohnt sich die Anreise, weil sie einfach vom Ort her sehr spannend sind. Und es gibt viele Möglichkeiten, wo man sich auch vertue. Und ich glaube, das ist auch so das Ziel von Reisezielmuseum. Es geht nicht darum, einfach abklappern, sondern wirklich erleben und die Museen auch wirklich einzusaugen. Weil das ist so einmalig. Und die Museen machen das, den Kindern auch einfach. Übrigens auch den Erwachsenen. Es ist interaktiv. Es ist einfach ein paar Wände, die man anschauen und etwas erzählen kann. Es ist wirklich interaktiv. Man kann wirklich etwas erleben. Das ist der Anspruch eigentlich an das Ganze. Dass man etwas erleben kann und gleichzeitig natürlich erfährt, was ist die Aufgabe eines Museums? Was leistet die Museen? Es geht auch um eine Werkschau oder um eine Schau von den Museen, damit sie zeigen können, was sie überhaupt machen, was sie in den Regionen auch für Aufgaben erfüllen, die in dem Sinne gar nicht sonst ersichtlich sind. Und das ist sehr wichtig. Das GAU Reisezielmuseum macht sichtbar, macht aber auch erfahrbar und erlebbar. Man kann sich selber erleben und vielleicht auch sich als Familie erleben. Jetzt du als Mutter mit deinen Kindern vielleicht ein bisschen anders kennenlernen. Ja genau. Also es sind neue Welten, die sich dann auch je nachdem auftun. Also gerade jetzt, wenn wir über Klänge reden, wir sind alle immer so wahnsinnig eingenommen von irgendwelchen Klängen und Geräuschen. Aber dass man die mal so erlebt, wie die entstehen, wie die gemacht werden, die Zeit nimmt man sich dann in den Museen, die wir besuchen gehen. Du bist jetzt eben, seit längerer Zeit dabei, gibt es noch irgendwelche Wünsche, die du hättest? Das ist etwas, was man noch müsste machen, könnte machen, Ideen sehen Sie es gerade an. Ja. Ja. Stratz ist auch von Ideen. Also mein allergrösster Wunsch wäre natürlich, dass es im ganzen Kanton St. Gallen in diesem Sinne angeboten werden, dass alle Museen mitmachen können. Das haben wir im Moment nicht. Aber auch aus finanzierungstechnischen Gründen. Und da wäre schon mein Wunsch, dass wirklich alle Museen vom Fürstenland über das Dockenburg bis in die Linthebene einfach alle mitmachen vom Kanton St. Gallen. Und im allerbesten Fall natürlich auch die von den angrenzenden Kantonen Thurgau. Und je nachdem, ab und zählen rein und draussen. Der nächste Tag ist wann wieder? Der ist am 4. August, am Sonntag wieder. Genau. Also kurz nach der Ferien dann? In der letzten Ferienwoche eigentlich noch? Ja, genau. Bei der einen ist es noch in der Ferien, glaube ich. Oder wahrscheinlich bei allen noch zählen in der Ferien. Und der nächste ist dann am 1. September und der ist dann eigentlich wieder so etwas ausserhalb von der Schulferienzeit. Und dann Ende Jahr scheitest du einmal aus dem Projekt vorläufig aus? Genau. Aber da könnte wieder mal kommen, oder? Wer weiss. Wer weiss. Wer weiss. Ich bin überzeugt, du verfolgst deine Ideen noch. Du würdest auch noch ein bisschen stüpfeln, würdest du uns und jemanden probieren, einen Schüpfchen zu geben. Okay, ich will. Ja. Wo passt deine Sachen her? Nachher gehen wir noch auf Werdenberg, das Schloss Werdenberg. Ah, okay. Unsicher machen. Ja. Ja, dann viel für Genüge. Danke vielmals. Danke. Ja. Das ist einfach schön, die Blaumeise. Ah! Hey! Die wohnen von uns umbauen, Das ist aber ein Eindruck aus der Klangschmiede Toggenburg, was das Reisezielmuseum das Angebot anzubringen kann. Noch ein ganz kleiner Eindruck, eben nur aus der Klangschmiede Toggenburg, der aber auch schon in sich sehr vielfältig ist. Aber das Angebot aus drei Ländern, Lichtenstein, Österreich und dem Kanton St. Gallenbütten und natürlich viel mehr. Und es wird auch von vielen Leuten genutzt, wie ihr auch seht. Gehört hier doch das nächste Mal auch dazu.